um wie so überflutet es um den Berg ja was hat mit vollem Leben ja war es halt und wir kämpfen uns ganz mühsam hoch bis auf die Spitze des Berlins da wo unser Haus steht müssen erst mal hartgehr diesen Wasserfall ankämpfen ein Glamotner Scheiße ja du musst warten ja ich bin wenn jetzt das was erwecken ist nicht auf die bei den Karte und wenn man so richtig du hast auch voll viel Erde von mir er hat mir ja ein viel Weg der Block Leiter der anderen hat er ich muss immer weg ob er die Schmerz von der Nase auch die viermal abgeschossen hat sich schon zwei fleisch gekostet Prozent Bruehl es ist zu machen und weil sie auch so viel Geld aber auch nicht zu sein Kronen Abort Was war das jetzt? Grinchen Grinchen Also das was da gerade neben dem Ding liegt ist, dass das Mainz So ich, ich mache gerade diese Wasserpfanne mal weg Hoffentlich Ja, bitte schieße schwein und erhält wir nun in der ersten A war wie dass du dich nicht schämst das ist das ist immer du immer das ist die Gäste das für ein fehl ich doch gebaut habe Ja, das stimmt. Na, eigentlich ist der sogar gar nicht mal so fail. Nein, 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 ich muss noch nach oben. Amen. Ach, du Püsser, du Püsser. Du scheiß Dreck. Wer? Du scheiße. Scheiße. Wer denn? Fucking Bullshit, ich muss mich porten. Geht grad nicht anders. Ich muss dich nirgends wo hin porten. Toll, geht gar nicht, weil ich kein Home habe. Eine Frage, wer macht man Hose? Na? Wer man Hose macht, wer Hose haben. Ha, ich hab Hose. Da, 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 da. So klappt das jetzt. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Wohnein? Aus diesem Loch, das ihr gegraben habt. Ich stecke hier jetzt fest. In dem Beleuchteten oder was? Nein, in dem, wo es dann gleich in diesen Spalt geht. Was ist da? Da stecke ich fest. Aber doch nicht, du steckst da noch gar nicht fest. Wie kommt man da wieder hoch? Hey, da bist du zu dumm, um da hochzugehen oder was? Nein, da haben wir keinen Weg hochgebaut. Abt. Abt. Kommer. Todeser. Ich bin so geil. Was hast du geschafft, oder was? Nein. Ich, ich, ich mache, ich habe aber was? Fucking Skelett. Das ist so, wie man helfen. Und dort. Da unten bis zu drinnen. Hatte ich jetzt mal Rohstoffe runter. Und ich habe kein mehr. bitte muss er da gibt es einen Ausgang es gibt einen Ausgang das war nicht ja ich weiß aber ich weiß nicht mehr wo der war so schlau ja ich wollte man hier so ein Tunnel ich weiß auch nicht mehr wo es lang geht Tuch der hat mich jetzt geportet Frau Bayern ja der hat mich zu dir geportet weißt du wie ich mich erschreckt habe der ist da gerade was ich war echt geschockt da erschrickst ja wenn du das nicht erwartest und dann plötzlich geportet wirst da einfach mal hin ey geil ich seh nichts toll meine Schaffel was habe ich hier gemacht ach so obwohl es eigentlich doch mal so äh was essen sollte ich mal hallo Creeper hallo Skelett ja Fabi Tobi fühl mich allein fühl mich gemobbt geht mal ins Bett gleich 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 ich muss meine Sachen wiederholen Autsch real life freak was ist das was ist das was K 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 der Stärkstatt der Stärkstatt der Stärkstattstuhl der verkrackte Fächer und und die Krippern über mir auch da ist es sogar 9 Krippern der Nähe Krippern der Nähe Prozent jetzt gibt es so voll an euch der Fall der Krippern der Ort Krippern meine Krippern ist und bisher Krippern wir haben nicht gesehen Der müsste jetzt eigentlich tot sein. Mir doch egal. Boah, lag. Ja, genau. Meint mein Computer, wieder hier irgendwelche Updates installieren zu müssen. Nebenbei, ohne mich zu fragen. Ohne mich zu fragen, ne? Ja. Ich hab Gunpowder. Yes. Like. You may not rest... Was? Die ist ein Ender-Mann. Ich hab den Endermann, sag, 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 sag. Und was? Wo ist ein Endermann? Der kommt zum Händen? Okay, ich bin wieder weg. Scheiße. Was? Also nicht, man, nein. Ich will eigentlich lieber killen, aber... Aber du bist zu nur Weg dazu, ja. Nein, das ist... Geh jetzt mal ins Bett, verdammt. Scheiße. Ja, 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 Gerd, in einer Sekunde. Sonst drück ich jetzt auf der Knopf des Tags. Nein. Das wäre ja langweilig. Ja, da geht es endlich jetzt mit dir. Ja, ich isch je ja schon in... in eine... drei... in de... Und wir sind 30 Minuten überschritten. Ja, das ist ein Fail. Das ist ein Fail. Fail, fail, fail. Also ich bin im Bettchen. Ich... ähm... ein paar Sekunden. Das klingt voll scheiße. Roffe. Roffe. Du bist voll der Scheiß, Mann. Ich glaube, den größten Dreck, den ich nie gesehen hab. Du hast den voll Schrott gemacht. Wehe, du hast den jetzt schon wieder kaputt gemacht. Nee. Scheiß, Greeper. Hier wächst dein Baum. Fack, 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 fack. Toll, nur die ganze Sache sind schrottmauern. Ach, kacke. Scheiße, du hast dich jetzt erschreckt. Tobi, du hast immer noch, äh, nn, 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 äh, was von mir. Was? Und zwar meine Schaufel. Schaufel. Ah, ist das mit Schockern, du kommst, du machst die Tür auf, dann zieht ein Creeper, dann wach, boom. Oh, wow. Wow, wer, wer hat hier die Explosion ausgelöst? Das war ein Creeper, ich nicht. Ich bin diesmal unschuldig. Ja, ich weiß, das ist mir schon klar, dass hier ein Creeper war. Und ich bin Kilometer weit weg. Das stimmt. Ach, toll, jetzt ist ja mein Punkt da nicht mehr. Oh, mein, äh, äh, ja mein, äh, Ding, du weißt schon, mein, wow, den ich mir da bei der einen Stelle gesettet habe. Und? Ich habe mal Vollkarte, die habe ich mir nach langer, harter Arbeit ersucht. Wow. Na, es war ja nicht, äh, keine lange, harte Arbeit, äh, und zweideutig gedacht. Jesus Creeper! böseh kunstumble獲ern, die Küchen, die Klavier, dieaine Falle, die Calder und die Gespräche, die refusing zu er pointieren, Schnell baterisch, die Problem, definiert, auch meine Ehre meine Ehre meine Ehre die 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 der Kursen und Kapitel Martin Herr Laufsitz sich gehört auch so an der Pläne dauer so wie das ist es hier so das ist hier und wurde wie so in diesen Let's Play des Kult Lied oder nur rechtlich aber aber so 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 eines der beliebtesten die denn diese Let's Play er hat sich erstens Nö, irgendwie gerade noch nicht. Verdammt. Tobi, müssen wir uns ändern. Neues Lied. Das war kein Wüns. Stirbluh. Heute vielleicht. Wo war dieser Kackfluss? Dein Kackaufzug, so sieht's aus. Diese Kackpacks, so sieht's aus. Wo war dieser Fluss? Welcher Fluss? Der Fluss da, okay, da war... Der Fluss des St. Barbara. Was, du, bis St. Barbara? Der Barbara, der Barbara. Okay, also das... Untersuch mir jetzt mal, weil das... Wer hat das gebaut? Wer hat das hier gebaut? Was denn? Dasselbe, du sagst, wer das gebaut hat, weil es jeder voll was gemeint ist, aber lass uns. Äh, nein, hier ist so ein voll fettes Erdteil, was... Äh, nur gebaut sein kann. Ja, was denn verdammt? Ja, hier... Hier, da, wo ich stehe, da, in der Nähe von unserem Haus, da ist so ein komisches Teil. Das hab ich auf meiner Minimap gesehen, die ich immer bei mir hab, die nämlich rechts oben bei mir ist, eingeblendet ist. Aha, spielst du mit verbotenen Sachen? Hm, nein. Ist vollkommen legal. Was ist so der Scheiße? Die muss ich gleich mal... Ja, kontinuieren. Race Minimap. Für den Fall, dass du sie aufhaben willst. Die ist nämlich voll geil, mein. Wie schreib' man den Kack? R-E-I-S... S, also Apostroph S meine ich halt, äh, und dann Minimap.